Ja, liebe Sportlerinnen und Sportler, ich begrüße euch herzlich heute zu diesem Event hier in Tschandorf, liebe Frau Haschenbach, herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Jubiläum, gern nicht gesagt. Ich begrüße euch gern an und wünsche ein herzliches Willkommen allen Sportlerinnen, Sportlern, Sportfreunden, Gästen und Besuchern zu diesem heutigen Event. Seit Gründung im Jahr 1954 kann die Abteilung Tischtennis auf ihre Erfolgsgeschichte mit Stolz zurückblicken. Wir sind auch heute noch in der Abteilung Tischtennis ein Drittel unserer Bundeswehr sportlich aktiv und vertreten mit Außenwirkungen und Spielbetrieb unserem Verein und das seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Freuen wir uns gemeinsam auf das nun folgende spannende Showprogramm. Dazu begrüßen wir nun nochmal ausdrücklich vom Vorstand an meiner Seite, mein Schwerbegriff, jedenfalls Herr Bosco und Herrn Fetzner recht herzlich mit Sport. Hi! Ich wünsche allen anwesenden Zuschauern einen unterhaltsamen Vormittag mit Jörg Bosco und Herrn Schleffen Fetzner. Vielen Dank! Ich wünsche allen anwesenden Zuschauern einen unterhaltsamen Vormittag mit Jörg Bosco und Herrn Fetzner. Ich wünsche allen anwesenden Zuschauern einen unterhaltsamen Vormittag mit Jörg Bosco und Herrn Fetzner. Ich wünsche allen anwesenden Zuschauern einen unterhaltsamen Vormittag mit Jörg Bosco und Herrn Fetzner. Ich wünsche allen anwesenden Zuschauern einen unterhaltsamen Vormittag mit Jörg Bosco und Herrn Fetzner. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.